Aufgepasst, meine Reseller, was geht? Rene hier von Reselling mit Kopfkopf, ich sage, dass ihr heute dabei seid zu unserem allerneuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Und heute sprechen wir über unsere fünf Einkäufe, die wir letzte Woche getätigt haben. Also die fünf größeren Einkäufe, ich habe noch ein paar kleinere gemacht, aber die fünf größeren Einkäufe besprechen wir heute in diesem Video. Ich zeige euch, was wir bezahlt haben, wo wir es gekauft haben, warum wir es gekauft haben. Einfach so quer durch die Bank, offline und auch online haben wir eingekauft. Die sage ich natürlich, die Händler und alles Mögliche gebe ich euch weiter in diesem Video. Gerne liked das Video, gerne abonniert. Und bevor wir jetzt starten, will ich euch noch ganz kurz sagen, wir haben noch ein paar Lego-Kurse, ein paar Sticks, die wir verschicken. Checkt unten den Link aus, habe ich euch einfach verlinkt, weil sehr, sehr viele Fragen, die mich nicht auf Instagram verfolgen. Herr René, wann gibt es endlich den Kurs? Den gibt es schon längst, es gibt nur noch ein paar Stück. Schaut da einfach in die Infobox, dort wird euch noch gesagt, dass ihr bekommt 40 Videos, zwei Bücher, alles Mögliche. Also checkt das definitiv aus, wollte ich euch auch noch mal ganz kurz einfach so weitergeben. Und jetzt kommen wir direkt zu unserem ersten Einkauf. Wir haben insgesamt 26, ne 25, Gott sei Dank habe ich es mir hier aufgeschrieben. 25 Stück Schleicherrentiere Rudolf 2021er, die Weihnachtsversion mit der Seriennummer oder mit der Setnummer 72168 gekauft. Der Einkaufspreis lag bei 8,99 Euro. Insgesamt haben wir 224 Euro rund bezahlt. Und der erwartete Verkaufspreis wird ungefähr bei 630 Euro liegen. Wann verkaufen wir das Ganze? Sechs davon haben wir für die Challenge gekauft, die werden gerade schon verkauft. Die restlichen 19 Stück verkaufen wir dann im November 2022. Wir erwarten uns wirklich eine enorme Steigerung. Warum erwarten wir uns das? Weil wir es wissen. Dieses Jahr sind diese Sets, also diese Figuren schon deutlich, deutlich über WP verkauft worden. Zwischen 20 und 30 Euro. Es sind Sondermodelle und die waren überall vergriffen. Ich habe es bei MaxiMarkt, das ist jetzt das Heftigste, bei einem Offline-Shop. Die, die das Millionen-Video sehen oder gesehen haben, wissen das schon. Bei einem Offline-Shop für 8,99 Euro gekauft von Schleich. Gerne kann ich dazu auch mal ein Video droppen, wenn ihr da Bock habt. Schreibt es mir sonst in die Kommentare. Dann mache ich ein extra ein kleines Video, wo ich euch zeige, wie man mit solchen kleinen Sammelfiguren, in Anführungszeichen, da zählen die ja rein, ein richtiges Geld verdienen kann. Wie gesagt, Sondermodelle und so weiter. Das würde dieses Video sprengen. Aber da erwarten wir uns wirklich in einem Jahr ungefähr 175% vom EK. Und das ist ein heftiger Deal. Haben wir insgesamt, wie gesagt, 224 ausgegeben und wir erwarten uns ungefähr 630 Euro. Das ist ein kleiner Seasonal-Artikel, den wir noch wirklich extrem günstig bekommen haben. Eigentlich wirklich ein übelstes Glück, ihr habt es gesehen. Und ja, das ist unser erster Einkauf in der letzten Woche gewesen. Der zweite Einkauf in der letzten Woche ist das Lego 75810 Stranger Things. Wir haben insgesamt 10 Stück auch Offline bekommen. Bei Smith Toys gab es noch ein paar Stück, wie sind wir hier vorgegangen. Ich habe mir die Smith Toys in der Umgebung rausgesucht. Ein Smith Toys, den kennt ihr von der Challenge schon. Und wir sind dann noch weiter gefahren, nach Linz beispielsweise, Wels, nach Linz Traun. Wie gesagt, ihr werdet die Orte nicht kennen. Aber verschiedene Smith Toys und verschiedene andere Läden haben wir abgegrast, wo ich vorher angerufen habe und habe direkt nachgefragt, hey, habt ihr dieses Set noch 75810 Stranger Things? Wenn ja, bitte reserviert es auf meinen Namen, ich hole es heute noch ab und so weiter. Das habe ich gemacht und habe mir so noch 10 Stück, obwohl das schon end of life war, für 179 Euro sichern können. Ich glaube schon 179,99 genau. Also hatten wir hier einen EK von rund 1,8 K. Jetzt sind die Sets, Stand heute, also ein paar Tage später, schon 2,4 wert. Waren sie beim Einkauf auch schon, weil sie schon längst online end of life gegangen sind. Und wir verkaufen die für 3,4,90 innerhalb der nächsten zwei Jahre. Wann schätzen wir, wird dieser Preis, also die Verdopplung, oder sogar ein bisschen mehr, wie die Verdopplung erreicht werden? Wir glauben, dass, oder eigentlich genau die Verdopplung, wenn man sich ehrlich ist, wir glauben, dass es Ende 2024 sein wird, Mitte Ende 2024. So ist es halt einfach und 349 erwarten wir uns, was definitiv auch möglich sein wird. Jetzt der Preis nach end of life, ungefähr im Monat ist es end of life nicht mehr ganz, 240 Euro, muss man sich nur mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist das zweite Set, das wir, oder nicht das zweite Set, sondern das zweite Produkt, das wir eingekauft haben, insgesamt 10 Stück zu einem Preis von 1.800 Euro rund. Dann kommen wir zu 40 Stück Megatins 2021er. Die haben wir gekauft, weil die immer sehr, sehr gut gehen. Die 2020er sind jetzt ungefähr bei 40. Wir haben die für 9,99 Euro bei UFC eingekauft, 40 Stück. Ich blende euch jetzt auch hier die Rechnung ein. Leider sind sie noch nicht da, sonst hätte ich euch gleich eine Kamera gezeigt. Ich hätte eigentlich alles herholen können, aber das ist auch wieder so ein, wie gesagt, ich will Sets, die ich eingeräumt habe, auch nicht mehr unbedingt angreifen, immer wieder für die Videos. Ich blende es euch einfach immer wieder ein, ihr wisst es ja, ihr habt es auch live gesehen in anderen Videos, wie wir das Ganze dann auch gekauft haben. Hier, wie gesagt, die Rechnung eingeblendet, 40 Stück für 9,99 Euro, also 400 Euro Einkauf. Die UVP liegt hier bei 800 Euro, also das Doppelte bei 9,99 Euro pro Stück. Und wir verkaufen das Ding ungefähr ab 30 Euro. Das wird Ende nächsten Jahres dann der Fall sein. Wie gesagt, für 30 Euro pro Stück fangen wir zum Verkaufen an, erhöhen dann auch den Preis bis 40 dann rauf. Also werden wir ungefähr 1,2 bis 1,5 werden wir daraus machen aus den 400 Euro Investitionen. Hier spielt auch wieder der Faktor vom Thema End-of-Life plus guten Einkauf. Es ist halt wirklich Wahnsinn. Ich muss sagen, wir kaufen dieses Set für 9,99 Euro ein. Dieses Set hat schon sehr, also hat bewiesen, wenn es, also dieses CCG-Set, wenn es End-of-Life geht, wenn es nicht mehr 20er, 20er beispielsweise, das blende ich euch noch ganz kurz ein, dann hat es gutes Potenzial, um im Wert zu steigen. Und die Kombination aus gutem Einkauf und dem EUL-Datum in Anführungszeichen ist einfach eine richtig geile Kombination. Ja, wie gesagt, 400 Euro haben wir dann hier ausgegeben. Dann kommt eine coole Investition, die wir noch getätigt haben, die Baseplates. Wir haben das 10, also die 10700er, die 10714er und die 11010er Baseplates. Die sind die Baseplates, in die wir 30 Stück jeweils investiert haben, zu einem Preis von 3,14 Euro. Warum? Diese Baseplates kommt März 2020, oder diese Baseplates, wenn ich das so sagen darf, komme im März 2022 wieder raus, also in drei Monaten. Die waren ja schon, in Anführungszeichen, auf der End-of-Life-Liste. Es gab da neue und wurde spekuliert, okay, gibt es die jemals wieder? Und ja, wie gesagt, im März 2022 kommt das Ganze wieder, tauchen auf den Händlerlisten wieder auf. Aber das Geile ist, warum ich jetzt hier nochmal richtig gekauft habe, die neuen werden um 1 Euro teurer. Das ist ein Remake einfach. Auf der Händlerliste tauchen sie wieder mit dem gleichen Namen auf und unterschiedliche Set-Nummern, aber 1 Euro teurer. Also die UVP wird um 1 Euro angehoben. Und ich habe jetzt hier noch, wie gesagt, für 3,14 Euro, habe ich hier noch jeweils 30 Stück gekauft. Also ungefähr 30 mal 3,14 Euro pro Baseplate habe ich hier noch ausgegeben. Wie gesagt, warum? Weil sie die UVP anheben, habe ich es gekauft. Und weil hier der Einkaufspreis sehr, sehr geil ist, wo ich es gekauft habe. Bei einem Zwischenhändler habe ich das Ganze gekauft, der uns von Lego empfohlen wurde. Wenn ihr die Zwischenhändler wissen wollt, welche Zwischenhändler es gibt, schaut mein letztes Video an von 100 zu 1 Million. Da zeige ich euch beispielsweise ein paar davon. Dann, was haben wir noch gekauft? SSDs. Wir haben uns noch SSDs oder mit SSDs eingedeckt. Warum? Weil auch diese enorm steigen. Es steigen die Grafikkarten, das wissen wir schon längst durch das Mining. Aber jetzt durch die enorme Lieferverzögerung. Akkus, SSDs, RAM. Alles dauert, dauert, dauert. USB-Sticks. Ihr könnt euch nicht vorstellen. Es ist so schwierig. Früher gab es, ihr könnt gerne mal schauen, Freunde. Ich will es euch wirklich so erklären, damit ihr wirklich auch was mitnehmen könnt. Früher gab es USB-Sticks bei Amazon. Prime, nächster Tag, wenn du um 8 Uhr abends bestellt hast, ist der USB-Stick 12 Uhr mittags bei dir gewesen. Jetzt 7 bis 14 Tage Lieferzeit auf USB-Sticks. Das gleiche bei SSDs. Außer du zahlst halt mehr. Du zahlst halt dann 10 ab für ein 30, 32, aber du bist die, wo du damals 4 Euro bezahlt hast. Also, was sagt uns das? Die Lieferzeiten, die Kapazitäten und die Produktionszeiten, das erhöht sich irgendwie. Die Lieferung wird es wahrscheinlich sein aus China rüber oder eventuell auch die Produktion. Ich weiß es nicht. Hat sicher auch mit Corona was zu tun. Aber wir merken einfach, dass die SSDs eine 128er Kanzler wie wir jetzt schon für 22, 23 verkaufen. Damals so 18 Euro. Wir sind auch in dem Bereich tätig. Wir haben noch 100 Stück bei Kingston direkt für 12 Euro pro Stück geordert und haben halt, wie gesagt, 100 mal 12.200 Euro noch für SSDs ausgegeben. Sind auch noch nicht da. Da ist auch eine enorme Lieferzeit drauf. Aber wir brauchen die erstmal zum Aufrüsten. Wir werden keine einzige, obwohl es gehen würde, überflippen. Sondern wir bauen die in Rechner ein, um dann mehr Geld rauszubekommen. Rechner, die eine gute CPU oder eine halbwegs gute CPU mit gutem RAM haben, aber eine HDD drinnen kann man mit so einer kleinen SSD sehr, sehr gut aufrüsten. Haben wir, wie gesagt, für 12 Euro 100 Stück noch bestellt, direkt beim Hersteller. Habe ich euch auch erklärt, wie man an den Hersteller rankommen kann. Man schaut, okay, man kauft sich das Produkt, schaut hinten auf die Packung drauf. Da steht, wo der Hersteller produziert, wo die Zweigstellen haben. Dort schreibt man dann hin, um dann eventuell Kontakte zum Hersteller zu bekommen. Wenn du nicht genug abnehmen kannst, gibt der aber auch noch beispielsweise Zwischenhändler raus. So ist es auch. Manchmal ist es auch so, du musst eine Weile lang bei Zwischenhändlern von dem einkaufen und dann kontaktiert er dich wieder. Wenn er sieht, okay, das läuft alles und kannst du direkt bei dem einkaufen, ist natürlich auch noch billiger. Will ich euch auch noch ein kurzes Tipp mitgeben. Also zusammengefasst, wir haben in vier verschiedenen Bereichen eingekauft. Lego haben wir Stranger Things und die Baseplates gekauft. Im TCG-Bereich die Megatint 2021 ja nochmal 40 Stück. Warum nur 40? Es gab auch bei OFCS leider nicht mehr mehr. Wir haben bei Schleich Actionfiguren, Minifiguren, Spielsammelfiguren, wie ihr es auch immer nennen wollt, gekauft. Ein Sondermodell. Hatten wir Glück offline. Wie gesagt, eine Mischung aus Online-Offline-Handel. Richtig geil. Was ich euch auch, wie gesagt, noch für Tipps mitgeben wollte. Wenn ihr einkaufen geht, wenn ihr irgendwo unterwegs seid, ihr seid in einer Nische unterwegs, wo ihr seht, online gehen die Produkte schon durch die Decke, weil sie schon vergriffen sind. Dann macht es so, wie ich damals bei MaxiMarkt vor ein paar Tagen habe ich mir noch die Sonderedition 25 Mal sichern können. Das ist ja krank, Freunde. Bis Mifft, weil es nirgends gab es das Ding mehr bei MaxiMarkt, habe ich es dann bekommen. Das war einfach nur ein Lucky Punch. Aber wenn ihr so und so einkaufen seid, checkt das halt aus, Freunde. Ihr habt da nichts zum Verlieren. Ihr seid so und so dort. Schaut da. Bei den Hot Wheels auch. Gibt es ja auch die Treasure Hunt. Super Treasure Hunt und so weiter. Schaut da. Ich habe da auch ein Video gemacht. Verlinke ich euch zur Not unten. Schaut das Video nochmal an, wenn ihr in den Bereich gehen wollt oder wenn ihr schon drin seid. Könnt ihr beim Einkaufen immer wieder schauen. Das sind unsere Einkäufe gewesen. Zusammengefasst haben wir rund 4.600 Euro vom 10.1. bis zum 14.1. ausgegeben. Das ist bei uns relativ normal. Wir kaufen ungefähr im Monat für 20.000 bis 25.000 Euro Ware ein, um einfach immer alles da zu haben, um nicht leerlaufen zu müssen. Was ist das Schlimmste, was dir passieren kann? Du hast ein Produkt, das super, super gut geht und dann kannst du es nicht mehr bedienen. Du wirst leer verkauft und dann kannst du nicht mehr Nachschub generieren. Und das ist ganz wichtig. Also noch ein kleiner Tipp vielleicht zum Ende. Wenn ihr ein Produkt habt, das super, super gut geht, ihr verkauft die ganze Zeit, dann schaut, stellt euch einen Alarm an, wenn ihr noch 10 Stück davon habt, schaut, dass ihr schon wieder Nachschub bekommt, wenn ihr das nicht schon eh habt. Es gibt bei uns so Dinge, Produkte, wo direkt eine Order rausgeht, sobald wir nur noch unter die 10 kommen. Dann wird automatisch nachbestellt. Natürlich, wenn jetzt ein Lieferengpass so herrscht, dann muss man sich anders bedienen. Dann kaufe ich die sogar teurer ein, um die Nachfrage bedienen zu können, wenn ich es dann wieder billiger bekomme, dass ich halt einfach das Produkt drin behalten kann und die Stammkunden von mir nicht weggehen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Tipp, aber ansonsten könnt ihr dann, wenn ihr schon weiter seid, Automatismen da einbringen, wenn ihr beispielsweise XY, Produkt XY habt, 100 Stück habt ihr, sobald das im Lager, sobald das unter 10 geht, wird automatisch eine Order zu eurem Großhändler dann rausgeschickt. Das ist ein ganz normaler Prozess, was sehr, sehr viele große Händler auch so machen. Nur so ein kleiner Tipp nebenbei. So Freunde, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. 4.600 Euro diese Woche ausgegeben. Wenn wir das öfter machen sollen, so ein Video, wenn ich euch öfter zeigen soll. Ich habe, wie gesagt, sehr, sehr viele Kleinkram auch noch gekauft, für 50 Euro mal was. Dann mal eine Karte für 30 Euro und eine Einzelkarte, die ich in mein Portfolio lege. Alles Mögliche habe ich gekauft, aber das sind halt die größeren Posten gewesen. Wert von 4.600, wenn ich das öfter machen soll. Schreibt es in die Kommentare. Gerne liked das Video, gerne lasst ein Abo da. Kostet euch nichts und ihr macht mir eine Freude. Und gerne schaut auch den Lego-Kurs an, wenn ihr da noch Bock habt, weil sehr, sehr viele fragen mich auch in den Kommentaren, Herr René, du hast mal was für einen Lego-Kurs gelabert. Gibt es ja gar nicht. Doch, ich habe es halt nur auf Instagram gepostet. Also checkt das dann auch definitiv aus. Unten ist der Link dann in der Infobox. Ansonsten wünsche ich euch einen super schönen Tag. Bleibt gesund, meine Freunde. Das ist das Allerwichtigste. Bleibt motiviert und macht das Beste aus eurem Leben. Ihr habt nur eins, Freunde. Wir sehen uns bis zum nächsten Video. Euer René. Tschüssi.